Hallo liebe Planungsfreunde, heute geht es um das Thema Jahresplanung und ich gebe dir ein paar Tipps, damit du das kommende Jahr bzw. die nächsten zwölf Monate so richtig rockst. Und da möchte ich dich erstmal fragen, bist du zufrieden mit den letzten zwölf Monaten? Hast du wirklich so viel erreicht, wie du nur erreichen konntest? Brodouvi, lebe dein bestes Leben. Oder geht es dir vielleicht sogar so, dass du dir gar keine neuen Ziele mehr vornimmst, weil du eh nicht ins Tun kommst und gar nichts umsetzt. Und ich kenne das gerade bei Neujahrsvorsätzen, dass das vielen schwerfällt, dann wirklich auch in die Umsetzung zu kommen. Die Ziele sind manchmal so groß, dass man da Gedanken hat, oh, das kriege ich ja eh nicht hin und dann fange ich erst gar nicht an mit der Umsetzung. Ich weiß, dass es einigen Leuten so geht. Nur deswegen sei da auch wirklich ein bisschen gnädig mit dir, dass wenn du nicht so ins Tun kommst und nicht in die Umsetzung, denn es ist einfach wichtig, dass du jeden Tag oder halt jede Woche, wenn dein Zeitplan nur jede Woche zulässt, dass du jede Woche eine Kleinigkeit für deine großen Ziele machst. Weil wenn du jede Woche eine Kleinigkeit machst, dann hast du dann mit der Zeit ganz viele Kleinigkeiten aneinandergereiht und dann hast du einfach schon nachher eine Menge geschafft und das ist doch auch eine super Sache. Und wie das genau geht, das zeige ich dir jetzt auch in diesem Video. ProDUVI, lebe dein bestes Leben. Mein Name ist Gabriele Lügger, ich bin ProDUVI Life Coach. Ich helfe Selbstständiger und auch Privatpersonen dabei, sich ein besseres Leben aufzubauen. Und wenn dich das interessiert, dann buch dir gerne ein Strategiegespräch bei mir. Den Link findest du unten in der Infobox. Dieses Video ist genau das Richtige für dich, wenn du die nächsten zwölf Monate dazu nutzen möchtest, deinen großen Zielen wirklich ein Stück näher zu kommen, sodass du dann nach zwölf Monaten sagen kannst, ich habe wirklich eine Menge erreicht, ich bin total zufrieden mit mir. Und sei gespannt, ich plane nämlich jetzt zu, ja eigentlich Mitte, Ende Dezember einen kleinen Club, wo ich dann Leute dabei unterstütze, wirklich ihre Ziele umzusetzen und dann treffen wir uns jeden Monat und arbeiten an unserer Monatsplanung und dann auch an der Umsetzung und wie wir das machen. Und ja, wenn dich das interessiert, dann abonniere super gerne meinen Kanal, weil ich dich dann da hier jetzt auf dem Laufenden halte, weil das, glaube ich, eine total spannende Sache ist und ich hätte es mir total gewünscht, dass mich jemand an die Hand nimmt und mit mir meine Monats- und Jahresplanung und so weiter macht. Ich hätte das super gefunden. Ja, deswegen, wenn dich das interessiert, Abo da lassen und dann erfährst du, wie es weitergeht. Und jetzt geht es hier um deine Jahresplanung. Erstmal ist es für deine Jahresplanung total wichtig, dass du weißt, wo du wirklich hin möchtest. Und da kann ich dir mein Video von letzter Woche empfehlen. Da ging es nämlich um den Fünfjahresplan. Und jetzt, wenn es dir so geht, wie mir zu beginnen, dann sitzt du da und sagst, was soll ich denn wissen, was in fünf Jahren in meinem Leben los ist? Da sage ich dir, ein Plan kann auch dazu genutzt werden, einfach um ihn umzuwerfen. Aber, dass man so einen groben Richtschnurrt, wo man hin möchte und was einen wirklich glücklich macht und was so das Herz erwärmt, dafür ist ein Fünfjahresplan wirklich super. Kann ich jedem nur ans Herz legen. Und diesen Fünfjahresplan, den brichst du dann in deinen Jahresplan rund. Und dann für den Jahresplan, was ich da meinen Kunden immer sage, ist, überleg dir doch einfach mal, wie sieht dein absoluter Traumtag aus? Wie wäre ein Tag, der dich so richtig abends zu Bett gehen lässt und du sagst, boah, der war ja total schön. Mach dir Gedanken, wie du morgens aufstehst. Wer neben dir liegt, liegt überhaupt jemand neben dir? Ob du Tiere hast, die du vielleicht versorgen willst, mit denen du Zeit verbringen möchtest? Hast du Kinder? Hast du irgendeinen Beruf, der dich total ausfüllt? Wo möchtest du leben? Bist du lieber am Meer? Bist du lieber in den Bergen? Bist du lieber da, wo du jetzt einfach wohnst? Du bist total zufrieden mit dem, wo du dich jetzt aufhältst? Möchtest du lieber ortsunabhängig sein? Also mach dir mal komplett Gedanken über den ganzen Tag, über dein Umfeld und was das ausmacht, auch wie du sein möchtest. Möchtest du mehr Nein sagen können? Möchtest du hilfsbereiter sein? Möchtest du liebevoller sein? Möchtest du nicht immer so mit Macht, sondern einfach mit mehr Leichtigkeit auch deine Sachen erreichen? Schreib dir das alles mal auf, wie du dir dein Leben vorstellst, wie du dir das wünschst. Noch ein ganz, 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 ganz wichtiger Tipp. Wenn du dir das aufschreibst und dir schießt in den Kopf, das geht ja eh nicht. Ich habe die Kohle nicht, ich habe die Zeit nicht, ich habe die Beziehung nicht oder irgendwas anderes, was da gegenspricht, aufschreiben. Das ist super, super wichtig. Keine Restriktion. Du willst dir deinen Traumtag erschaffen. Da gibt es keine Restriktion, gar nichts, sondern du machst dir den Tag so, wie er dir gefällt. Und das ist total wichtig. Also keine Sachen, irgendwas, was da Hindernisse dir in den Weg schmeißt. Wenn danach im Laufe des Jahres solche Sachen kommen, dann stehst du auf und sagst, jetzt erst recht. Und am besten sagst du dir das, wenn du vor dem Spiegel stehst, jetzt erst recht. Und jeder von uns kennt einen Oskar. Oskar ist die kleine Stimme in deinem Hinterkopf, die dir sagt, du bist nicht gut genug, du schaffst das sowieso nicht, du kannst das nicht. Und dann sagst du dir innerlich, Oskar, halt die Fresse. Ich sag jetzt mal, wie es ist. Oskar, halt die Fresse oder halt den Mund. Das ist jetzt halt, wie du mit deinem Oskar umgehen möchtest. Oskar, halt den Mund. Jetzt erst recht. Ich kriege das nämlich trotzdem hin. So gehst du mit deinem inneren Kritiker um. Du lässt dich davon nicht irgendwie ins Boxhorn jagen, sondern du ziehst deine Sachen durch und machst das so, dass du nachher das Leben hast, das dir gefällt. Weil du steckst in deinen Stiefeln. Niemand anders steckt in deinen Schuhen. Oder du gehst deinen Lebensweg, kein anderer. Und deswegen, auch wenn dann jemand sagt, ja, das hätte ich aber so nicht gemacht. Ah, so jung, schon Kinder. Ah, dies, ah, das. Nee, es ist total wurscht, was andere denken. Zieh es einfach durch. Lebe dein Leben so, dass es dir gefällt. Weil das ist nämlich die Hauptsache. Das ist dein Leben, da bist du der Chef. Und das ist das Wichtige. Und wenn du dann deinen Traumtag nämlich hast, dann weißt du nämlich genau, dann kannst du dir überlegen, welche Routinen sind in dem Traumtag drin. Und diese Routinen schreibst du dir einmal auf. Welche Routinen? Zum Beispiel, du möchtest jeden Tag Buch lesen oder lesen. Dann schreibst du auf, täglich lesen. Du möchtest spazieren gehen oder Sport machen oder an der Natur sein oder so. Dann schreibst du dir das auch auf. Und üblicherweise sagt man, also üblicherweise sagt man, man braucht 30 Tage, um eine sogenannte Routine in dein Leben zu integrieren. Und dann machst du dir einfach Gedanken, mit welcher Routine du am liebsten anfängst. Und dann fängst du in dem ersten Monat an, deine erste Routine zu implementieren. Sei gnädig mit dir, wenn du es mal nicht schaffst. Am nächsten Tag hast du immer noch eine Chance. Und wie gesagt, da kommt dann auch ein Tipp aus dem vorherigen Video zu tragen, wenn du zum Beispiel so Sachen hast, wie an der frischen Luft spazieren gehen und du kriegst es über einige Tage nicht hin, dann hol dir jemanden, der auch gerne spazieren geht. Und dann macht ihr da einen festen Termin, jeden Tag um drei, jeden Tag um fünf, jeden Tag um sechs, wie es dir in den Tag passt, macht ihr dann aus. Und dann hast du nämlich danach so einen Buddy, der diese Routine mit dir lebt. So, auch perfekt. Und so gehst du dann deinen Tag durch. Und danach hast du dann mehrere Routinen und dann kannst du jeden Monat oder alle zwei Monate oder alle drei Monate eine neue Routine in dein Leben integrieren. Und du wirst total überrascht sein, was das nachher, nach einem Jahr mit deinem Leben macht. Sei es, du machst jeden dritten Monat, fügst du, oder jeden vierten Monat, fügst du eine neue Routine ein. Dann hast du zum Ende des Jahres vier Routinen in deinem Leben, die dein Leben besser machen. Und dann würde dein Leben doch schon um einiges besser aussehen. So, dann haben wir jetzt die Routinen schon mal besprochen. Und dann hast du vielleicht noch ein paar Projekte. Projekte sind Sachen, die ganz klar einen Startbeginn und einen Endtermin haben. Zum Beispiel, für mein Business wäre das als Beispiel einen Online-Kurs erstellen. So, ich plane, wann ich damit starten will, ich plane, wann ich den launchen will. Das heißt, wann ich anfangen möchte, den zu verkaufen. Und in der Spanne müsste ich ja diesen Kurs erstellen. So, das ist mein Projekt. Und dann breche ich mir dieses Projekt wieder runter in größere Aufgaben. Und also zum Beispiel, ein Online-Kurs besteht daraus, dass ich dann erst mal ein Skript beziehungsweise so einen Trainingsplan erstelle. Und dann auch noch überlege, will ich Workbooks machen, will ich Checklisten mitliefern und so weiter. Also, dann habe ich nachher einen Trainingsplan, Workbooks, Checklisten, so. Dann weiß ich schon, was muss ich erstellen. Dann die einzelnen großen Parts bestehen dann wieder aus Videothemen. So, da mache ich mir dann nochmal eine Liste mit den Videothemen. Und dann heißt es nämlich nachher Video 1 drehen, Video 2 drehen, Video 3 drehen und so weiter und dann Video 1 schneiden und so weiter und dann schneiden, hochladen und dann nachher vermarkten und diese ganzen Videos drehen. Darum geht es. Falls du da nochmal genau Tipps und Tricks wissen willst, wie du einen Videokurs erstellen kannst, Buch auf jeden Fall mein Strategiegespräch dafür. Greif zu, halbe Stunde und dann können wir nämlich zusammen besprechen, wie unsere gemeinsame Arbeit da aussehen kann, damit du deinen ersten eigenen Kurs erstellst. Und ich erstelle einmal, also ich kann dich so unterstützen, dass ich die Struktur für dich komplett erstelle oder das zweite ist, ich zeige dir, wie es geht und worauf du achten musst. Da sind die zwei Sachen. Jahresplan, Projekte, wir haben deine Routinen besprochen, wir haben deine Projekte besprochen. Die Projekte sei so gut, mach die abhängig von deinem Alltag. Das heißt, wenn du jetzt schon eh einen ziemlich vollgestopften Alltag hast, dann werden deine Projekte länger dauern, als jemand, der, also zum Beispiel, du hast Kinder, Beziehungen, du hast dann auch schon regelmäßig Sport, was du machst, oder ein Tier, um das du dich kümmern musst, dann geht schon eine gewisse Anzahl Stunden am Tag, geh drauf und sei reell mit dir. Du kannst nicht hexen, auch dein Tag hat nur 24 Stunden, mach dir einen reellen Plan und dann dauern deine Projekte einfach ein bisschen länger. Aber auch dann kommst du an dein Ziel. Und falls du nur dabei oder falls du dabei Hilfe und Unterstützung wünschst und jemanden, der dir dann auch mal einen kleinen Schubser in die richtige Richtung kannst du super gerne mein Produkt wie Live Coaching buchen. Da findest du auch den Link zu dem Kennenlerngespräch unten in der Infobox. Würde mich super freuen, dich persönlich kennenzulernen. Ich wünsche dir einen fantastischen Tag, genieß dein Leben und hier nebendran findest du noch ein paar Videos, falls du diese Reihe interessant findest. Hier kannst du mich abonnieren und ich wünsche dir einen fantastischen Tag. Bis zum nächsten Video. Tschüss.